Hallo und herzlich willkommen heute zum Reformationstag und da Reformation auch etwas mit Nachdenklichkeit und neuen Gedanken, Überlegen, wie auch immer zu tun hat habe ich mir heute das Vaterunser von dem Kabarettisten Hagen Räther herausgesucht und ich hoffe, ich stimme euch damit etwas an, nachzudenken über euer Leben, euer Konsumverhalten und über die Welt ich werde dies nachher nicht kommentieren, also kein Schlusswort oder ähnliches finden mit 12 ist man in Asien zu alt zum Teppichknüpfen für Ikea, weil die Hände zu groß sind man darf aber erst mit 14 bei Nike anfangen da entsteht eine Versorgungslücke von zwei Jahren, die meistens in Prostitution gestopft wird oh her, wir haben keine Ahnung von Sklavenhandeln mit Kindern Zerstörung ganzer Volkswirtschaften durch Börsenspekulation und Umweltkatastrophen durch Ressourcenausbeutung Oh her, wir wissen nichts von Hermes Bürgschaften für Staudämme und Turnschuhproduktion in Südostasien Herr, die meisten von uns sind froh, wenn sie sich ihr Autokennzeichen merken können kein Schwanz kennt aus dem Stehgreif den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Leitzinsen Wir kennen ja nicht einmal unsere Blutgruppe Oh her, wir sind so digeniert, wir können nicht zahlen, weil wir die PIN-Nummer unserer EC-Karte vergessen haben Herr, wir sind so hohl, wie wir voll sind Die anderen hoffen auf Frieden, wir hoffen, dass man uns den Urlaub nicht entführt Die haben Angst, dass ihre Kinder verhungern und wir haben Angst, dass unser Deo versagt und dass man uns beim Telefonieren im Auto erwischt Oh her, wir kaufen ihre Frauen und behaupten, sie würden unsere Arbeitsplätze wegnehmen Unsere Beichtväter sind die Steuerberater und UNICEF unser Ablass Herr, mach hoch die Tür, die Tor, mach zu und die Mauern dick Denn es kommt ein Herr von kleinwüchsigen, wütenden, Analphabeten und Hungerleidenden über uns Die Tutsi und die Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören Und die Nicaraguanischen Kaffeebauern und die Ziegenhürden aus Kaschmir Und die kampferprobten Kindersoldaten aus Sierra Leone Sie alle werden kommen, über unsere Nato-Zäune klettern und uns hinwegfähigen wie El Niño Sie werden uns mit Basmati-Reis bewerfen und mit Wildreis und mit Naturreis und mit Langkornreis und mit Milchreis und mit Duftreis und mit Uncle Bens Beutelreis Sie werden in unseren Hobby-Kellern Darts spielen und in unseren Swinger-Clubs swingen Von unseren Tellerchen essen und mit unseren blonden Töchtern in unseren Ikea-Bettchen schlafen Sie werden auf unserem Teak-Holzmöbeln Gammeln Kohabas rauchen, Darts-Ski-Links schlürfen Und wer wird ein Millionär gucken? Wahrlich, ich sage euch, sie werden mit unseren Geländewagen im Stau stehen und über die Ökosteuer fluchen Herr, wie kriegen wir in den dritten Weltschädel rein, dass Du ein Aufratsvorsitzender bist? Machen wir es uns gemütlich vor dem Herrn Lasset uns beten Vater unser, der Du bist im Himmel Gereinigt werde Dein Name Wir sind steinreich, komm eh Unser Wille geschehe in Schiele So auch in Schweden Deren täglich Brot gib uns heute Vergib Du ihnen doch ihre Schuld Wie auch wir vergeben unsere Kredite Und führe keine Untersuchung, sondern gib die Erlöse uns von den Börsen Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Herrlichkeit Und sie bleiben immer, die Ewigkeit Amen